Ach, und den Unterfrisen, den interessanten Weg, also ich habe angefangen mit Gouttee, also das gibt es etwa in der Küche und so. Am Schluss. Ja, genau, nur der Schule, also in der Ferne der Schule Zeit, ob es immer für den Schüler nur der Schule, sogar als Nächte zu verkaufen. Da, ich habe seit Jahren angefangen, ich war im Circus, und dann, ich habe zusammen, wir sind schon ein Foto gegangen, weil, ich weiß nicht, also mein Papa, der mir schon ganz gerne Foto gemacht hat. Und man hat ja Fotoapparat auf alle Familienfeier dabei, und ich bin so bestattet, wir haben auch einen Umspruch. Ich habe angefangen, ich war im Circus, ich war Anna in der Fotografie, Anna in der Guittee. Dann war ich schon angefangen, hier an der Schule, da wusste ich noch nicht richtig, was ich soll machen, und dann den nächsten Tag, da hatte ich noch einen Hof, wo wir uns orientieren müssen, und da hatte ich Architektur geholt, Basket und Circus geholt. Bis seitdem, eigentlich hatte ich schon neue Beine ergehen, und schon natürlich auch zehn, ein Wochenende, ein Semester lang, weil ich nun so richtig gut drauf war. Und dann hatte ich Matur et Terroir, wo du halt so eine, ob die Kultur, also ein paar Beine geholt hast. Das habe ich gemacht, ich meine, ein oder zwei Jahre lang. Es war ziemlich viel Verschiedenes, ich wusste noch nicht, in welche Richtung ich will gehen. Dann habe ich da mal eins probiert, dann in zwei Jahren bin ich dann ein DJ gekommen, die ich gehe. Weil ich guckte, dann habe ich noch mal die anderen gesehen, die Sachen machen, ein bisschen klimpern. Und dann, ja, seit zehn Jahren war ich immer Sport, und ich war bei mir da selber, aber mein Herber-Entrepris-Verhalt, immer an der Musik und immer, war mir viel lieber am DJ. Wenn ich zum Beispiel die Fotografie, werde ich auch schon viel drüber gemacht und mit, aber definitiv viel geholt wird, dass ich dann auch ein bisschen erhöht, wenn ich eine Basis am Liste kann machen, und noch mal ein professionelles Baby haben, mich immer weiterzuentwickeln. Ich kann kein Instrument spielen, und schon mal Musik nicht viel auskommt, und das hat heute aber definitiv geholfen, weil auch durch die KPMN und das ganze, das heute ist, mit der professionelle Berührung sind schon mal, die erhört durch die Spezialisten in den verschiedenen Bereichen. Ich weiß aber, da löse das auch gefordert, und dann möchte ich mich immer mehr dafür interessieren, und du kommst nicht von heute aus. Ich habe mich allgemein auch immer viel für Naturwissenschaften interessiert, und ich habe auch Struktur, Physik, und demnach sind ich noch bei den Herwiko, sind ich Modellerbau gegangen, wo man dann halt einzeln, an meinem Fall, mich relativ viel für Brecken interessiert. Durch einen ganz brengsten Design, an der er auch mag, hat, aufzubauen, hat mir immer viel Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen andere Sachen, nicht auf dem üblichen zu machen, weil die Sonsten alles zu heben nicht mehr, wo in Heu eben dann die Ressourcen noch mehr gehört hat. Wie als Weitergang in meiner Zeit, da sind ich einmal durch Zaufern, und man hat auch Pizze gegangen, und das hat mir auch gefallen, und da sind ich auch da ein bisschen hängen geblieben, da habe ich auch ein bisschen Pizze gemacht. Da war die große Hilfe von meiner Zeit, ich denke, weder von Troisien bis Prämien oder von Katerien, und da hatte ich Taxidermie, durch das Seancen-Departement. Ich kann nicht märken, wie bei allem, wenn es passiert, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du dich damit beschäftigst, an einer Freizeit, und du sagst nicht immer als Musse, oder als Aktivität, oder du willst mit denen zur Plage machen, aber du musst mehr, du musst mehr, du bleibst mehr lange in der Schule, oder du musst auch heben, du interessierst dich an einer Freizeithaltung. Und dann merkst du, okay, dass das Wirtschafts-Departement beschäftigt ist. Bei den Deutschen, da sind eben, da sind, ja, teilweise selber solche Projekte auf den Stellen, aber auch da mit dem Treffer selber irgendwelche Recherchen müssen machen, aber eben auch an den Unterprisen, also ich kann Projekte ausdankmentieren, in der Welt schaffen und so, geht den einfach relativ selbstständig, und kann sich gut an neue Situationen in den Depriärerinnen oder Situationen, wo ich eine Person noch nicht hat. Und ich meine, dass in Dalla aber extra viel Heul leer, da vielleicht man auch noch eine andere Schule ist.